Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Lade Mindcast Episode 156. Laden fehlgeschlagen. Biete Ersatzprogramm. Hallo, hier sind wir. Hi. Tag Nerds, Tag Christian, Tag an alle die uns hören über Spotify, iTunes und andere Kanäle. Da musste ich Tiefluft holen, denn jetzt wird es ernst, wir sprechen heute weiterhin im T-Monat. Im T-Monat. Irgendwie gefällt mir das, ich muss darüber nachdenken. Im T-Monat. Im T-Monat zum Thema Entspannung und Medien, Entspannung durch Medien, Entspannung mit Medien. Heute über die etwas anstrengende Seite von Medien. Genau, wir reden über zu viel Pornhub. Wir sprechen über den Mindcast. Nein, wir sprechen zu viel Pornhub. Wie würde Barney jetzt sagen? Ach, bitte. Na gut, ihr könnt euch uns ja mal eure Lieblingskategorie auf eben genannter Seite zukommen lassen. Auf Pornhub? Nicht per, ja, ja, klar, also nicht per Link, sondern ach, egal. Also, wir möchten heute mit euch sprechen über die anstrengende Seite von Medien, denn so komisch es klingt, führen Medien natürlich auch nicht immer zu Entspannung oder vielleicht auch zu der Entspannung, die man sich von den Medien erhofft hätte. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Ich muss tatsächlich sagen, in grandioser, stundenlanger Recherche zu diesem Thema in meinem eigenen Gehirn. Ich wollte schon sagen, also geschrieben hast du wahrscheinlich nichts. Doch. Ich habe ein paar Stichpunkte tatsächlich gemacht. Ach, als ob. Komm. Du und Vorbereitung. Ich werde sie dir jetzt einfach alle vorlesen. Er hat es wirklich getan. Mann, er hat es wirklich, er hat sich vorbereitet. Nee, nee. Ab und zu passiert das mal. Ich muss abbrechen. Das geht nicht. Damit kommt er nicht klar. Nee, absolut nicht. Nein, also, deswegen, was mir zum allerersten so bewusst geworden ist, als ich über das Thema nachgedacht habe. Was ist denn die anstrengende Seite von Medien? Das war für mich eigentlich total klar. Als erstes kam mir in den Sinn so diese Übersättigung in allen Bereichen. Ist auch das erste, was mir in den Kopf geschossen kam. Also, nicht nur, dass es einfach genug eigentlich als Auswahl gibt, was man jetzt positiv sehen kann, sage ich gleich noch was zu, sondern eher so auch, wenn ich jetzt an eine typische Feierabendsituation denke. Davon habe ich im Mindcast ja auch schon ab und zu mal erzählt, dass ich dann ab und zu auch mal so ein bisschen Gaming-müde bin zum Beispiel. Und dann, da das echt so mein Haupt-Entertainment-Faktor ist im Feierabend-Bereich, dann oft so, ich da stehe und denke mir, hm, ja nu. Aber, was generell Medien angeht, also, ne, sei es jetzt auch Bücher, Musik oder was auch immer jetzt in diesen Bereich reinfallen mag, geht es mir oft so, dass ich da relativ gut aufgestellt bin mit den Dingen, die ich gerne mag. Sei es jetzt Gaming, Musik oder irgendwas anderes. Und ich fühle mich oft, als stehe ich vor der Qual der Wahl. Filme gucken mit mir kann auch sehr anstrengend sein, weil die Auswahl des Films entweder instant entschieden ist oder furchtbar und unsäglich lange dauert. Und es gibt bei dir zwei Möglichkeiten, okay. Also, ich kenne in der Regel nur Ersteres. Ja, weil wir aber oft dann so sagen, ey, kennst du schon den Film? Geil, komm, gucken, wa? Ja, das stimmt. Und dann ist schnell was gefunden. Wenn ich aber zum Beispiel mit meiner Frau einen Film gucke, dann habe ich da auch immer total Spaß dran, mit ihr Filme zu gucken, die sie noch nicht kennt. Und die ich aber, also ich gucke, also ich habe in der Regel oft die meisten Filme schon irgendwann irgendwie geguckt, weil ich einfach viel mehr Zeit habe, Filme zu gucken als meine Frau, weil sie eben länger arbeitet und so weiter. Und ich dann eben auch beim Zocken ganz viel nebenbei schaue und so weiter. Und da ist es oft so, dass ich dann sortiere, sortiere und ah, das könnte, das könnte, das könnte. Dann hat sie keinen Bock auf einen Teil der Filme. Dann suche ich wieder andere raus oder sie macht Vorschläge, wo ich dann aber gar keinen Bock drauf habe oder so. Das war das, was ich jetzt gerade mal fragen wollte, weil prinzipiell habe ich das Gefühl, dass du so derjenige, der Initiator bist, der die Filme aussucht. Und da wollte ich jetzt einfach mal gefragt haben, hast du auch schon Filme dir angeguckt, die deine Frau sehen möchte und worauf du keinen Bock hättest? Ja, das schon. Aber grundsätzlich geht es ja dann oft eher so um die gemeinsame Experience, Bock drauf zu haben. Und die Filme, auf die ich wirklich keine Lust habe, das sind so Schnulzenfilme und so, da habe ich jetzt einfach nicht so viel Spaß dran, meine Lebenszeit dran zu lassen irgendwie. Die kann sie auch gerne alleine gucken. So und Filme, die wir, also zum Glück haben wir einen Filmgeschmack, der sich in vielen Bereichen sehr überschneidet. Von daher findet sich da schon was, aber. Okay, das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Ja, ich filtere dann halt oft aber und dann bleibt wenig über und dann bleiben noch drei Filme oder so über, davon hat es dann zwei keinen Bock und beim dritten denke ich, wo man eigentlich sagen müsste, geil, dann ist noch einer über, ist super, da denke ich mir, ah nee, den habe ich erst gesehen. So und dann dreht sich das halt im Kreis und irgendwann sagen wir, ja komm, mach mal Netflix an, How I Met Your Mother oder so, lassen zwei Folgen durchlaufen, essen dabei was, unterhalten uns dabei und gucken eigentlich gar nicht. Also ist manchmal schwierig. Aber zurück zum eigentlichen Thema, diese Qual der Wahl, macht es mir oft schwierig und das macht es ja nicht wirklich anstrengend in dem Sinne, dass ich da jetzt körperliche Schmerzen durch erfahre, weil ich zu viel Auswahl habe oft. Aber ja, es macht den Weg zur Entspannung in der Regel einfach ein bisschen länger und gerade wenn der Feierabend zum Beispiel nur sehr kurz ist. Also so geht es mir zum Beispiel in den Frühdienstwochen, da habe ich früh frei, habe also eigentlich einen längeren Abend, gehe aber auch verhältnismäßig früh ins Bett. So und dann das Abendprogramm so um die Primetime herum oft sehr kurz. Und wenn du da noch eine halbe Stunde brauchst, um dich auf einen Film zu einigen, dann hat sich das halt einfach erledigt. Und deswegen für mich ganz klar so auf Platz 1 für mich so im Kopf, die Qual der Wahl ist für mich eine sehr anstrengende Sache. Das ist bei Büchern aber genauso. Wenn ich zum Beispiel auf meinen Nachttisch gucken würde jetzt, liegen da im Moment drei Bücher. Wow. Wovon ich eins ganz neu habe. Ja. Eins ist immer noch vom Moritz Die Aschebrut, die habe ich tatsächlich noch nicht ganz fertig gelesen, da fehlt mir noch ein kleines Stückchen. Okay. Habe ich im Moment aber auch gerade nicht so die Motivation weiterzulesen, also nicht weil mir das Buch nicht gefällt, sondern weiß nicht, weil ich andere Bücher einfach dann interessanter finde im Moment gerade oder spannender. Zum Beispiel dieses Alice-Buch, von dem ich neulich erzählt habe. Ja, stimmt, stimmt. Und das ist mir oft vom Text her manchmal aber abends einfach zu anstrengend, wenn mein Kopf schon so zu ist vom Tag. Ja. Und dann überlege ich halt, ja was könnte ich noch lesen, dieses oder jenes und dann drehe ich mich wieder im Kreis und dann denke ich mir, ja gut, komm, ich drehe mich um. Lass noch eine Folge irgendwie Hörspiel laufen und dann schlafe ich dabei ein, so weißt du. Und das habe ich halt ganz oft. Deswegen Qual der Wahl für mich ganz oben. Wie sieht das bei dir aus? Du hast gesagt, das ist ähnlich. Ja genau, bei mir sieht das genauso aus. Ich bin manchmal einfach überfordert mit der Fülle an verschiedenen Anbietern, die es da so gibt. Ist ja nicht so, dass wir in einer Zeit leben, wo wir, ich sag mal, nur Netflix und nur Disney haben, sondern wir haben Netflix, wir haben Disney, wir haben Amazon Prime. In Amazon Prime haben wir dann noch, was weiß ich, Paramount Plus, was man sich noch dazu buchen kann. Diverse Channels, BBC. Crunchyroll gibt es da für mich als Anime-Fan. Das ist einfach irgendwo, ja ich, gefühlt würde ich gerne einen Account überall haben, allerdings ist das natürlich viel zu teuer. Naja, die wollen sich ja selbst alle so etablieren, dass sie der Marktführer sind, beziehungsweise jeweils den größeren Anteil vom Kuchen haben und dementsprechend, also ich meine, glaube ich, auch Lizenz- und Rechte technisch würde das zu purem Chaos führen, wenn die sich irgendwie unter einem Dachverband oder so vereinigen würden, aber das wollen die, glaube ich, im Kern auch nicht. Ja, ne, und ich habe heute, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, habe ich heute tatsächlich mal einen freien Tag gehabt und habe ihn auch ein bisschen für Serien genutzt. Geil, Mann. Genau, finde ich auch geil. Danke, Karneval. Was hast du geschaut? Ich habe Legend of Vox Machina zu Ende geschaut. Habe ich jetzt endlich mal, ich hatte ja die erste Folge irgendwann mal angeschaut und fand es irgendwie ganz nett, bin aber wieder von abgekommen, aber das gucke ich jetzt teilweise auch abends mal. Mal so ein bisschen vorm Einschlafen nochmal so ein, zwei Folgen, da bin ich jetzt gerade so gegen Ende der ersten Staffel angekommen. Okay. Gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, ich muss auch sagen, das Ende der zweiten Staffel nimmt nochmal richtig Anfahrt auf. Es ist halt schön, wenn du die Gaming-Momente, also sehr, 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 sehr viele Momente sind halt aus den Spiel-Sessions tatsächlich von Critical Role und wenn du dann weißt, wo das herkommt oder welche Szenen das sind, ist das halt nochmal richtig geil. Ja, cool. Critical Role habe ich jetzt so nicht geschaut, deswegen, aber Legend of Vox Machina, mega geil. So, worauf ich hinaus wollte ist... Scanlon! Oh Mann, da gab es eine Szene heute, die wird dir richtig gefallen. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, da habe ich ein bisschen bei Amazon noch bei Prime ein bisschen durchgesappt und bin eben auf dieses Paramount Plus gestoßen. Ja, konntest du widerstehen? Ja, ich konnte noch widerstehen. Ich habe noch nicht diese eine Woche kostenlos, also diese kostenlose Testwoche ausprobiert, weil ich erstmal geguckt habe, was ist da überhaupt verfügbar. Und da stellte mich dann, wo wir dann so bei dem Thema Überfluss sind, wieder so vor die Herausforderung. Ich habe gesehen, Star Trek Strange New Worlds. Kann ich definitiv empfehlen. Und Star Trek Discovery Staffel 4. Ich meine, ich weiß, es hat keine so guten Rezensionen gekriegt, Star Trek Discovery, aber ich habe es angefangen, dann bin ich es auch zu Ende. Ja, ich fand es auch okay. Also für mich müsste halt einfach nicht Star Trek draufstehen, so. So als Serie gesehen finde ich es okay, ist unterhaltsam, ist in Ordnung. Genau. Für mich ist es halt weniger Star Trek Feeling. Ich mag dieses Episodische von Strange New Worlds viel, viel mehr. Kann ich dir übrigens schon mal sagen, wenn es um Strange New Worlds geht, kannst du damit zumindest gerne noch ein bisschen warten. Ja. Ich werde mir auf jeden Fall den Disc Release von der ersten Staffel holen, weil den gibt es dann wohl auch auf UHD 4K. Ah, okay. Und das ist natürlich, du kennst ja, also wir haben ja schon mal ein, zwei Folgen geschaut von der Serie, damals auf Englisch noch. Das ist optisch schon sehr schön, da freue ich mich sehr drauf, die werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Okay, alles klar. Dann versuche ich mich noch ein bisschen im Zaum zu halten. Nee, auf jeden Fall, worauf ich dann hinaus wollte, da habe ich so ein bisschen mal im Kopf gerechnet. Alles klar, Strange New Worlds 10 Folgen, Discovery 14 Folgen. Was ist das in Zeit? Wie dann komme ich damit hin? Genau, das sind dann insgesamt 24 Stunden circa, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jede Folge eine Stunde geht. Also es ist quasi ein Urlaubstag. Ich verstehe dein Problem nicht. Nee, und das dann halt auf diese sieben Tage kostenlos, weil da muss ich schon halt, wenn ich das nach der Arbeit schauen will, quasi sofort anschmeißen. Musst du schon mal zwei, drei Folgen auf jeden Fall gucken. Richtig, ne? Und dann weiß ich nicht, ob ich da wirklich so dieses Entspannungsgefühl dann kriege, weil dann heißt es, ich muss das irgendwie durchbingen. Das ist so dieses... Ja, Moment, du musst das so durchbingen, wenn du das gratis im Testzeitraum gucken willst. Genau. Das ist noch ein wichtiger Faktor, da kann jetzt aber das Angebot ja nichts für. Nein, da kann das Angebot tatsächlich nichts für. Das ist dann so meine... Das ist der Schwabe in dir. Genau, der Schwoba. Der gar nicht in dir ist? Nee, 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 zum Glück nicht. Also sitzen kann ich noch. Nee, auf jeden Fall. Aber du bist beim Reinkommen schon ein bisschen gehumpelt, meine ich. Ja, das waren aber meine Oberschenkel. War der Schwabe gestern in dir? Nein, nein, ich sagte Oberschenkelmuskeln. Naja, auf jeden Fall. Und der Schwabe so im Hintergrund? Lenke ich dich vielleicht ein bisschen ab gerade? Minimal, minimal. Gut. Auch wie du Breitband ich da gerade sitzt, das ist ein bisschen komisch. Nein, auf jeden Fall. Ja, ich lasse einen tiefen Blick in meine Seele zu. Ja, aber ganz tief. Podcast, der grundsätzlich ohne Hose. Richtig. Und das ist auch eine richtige Anstrengung manchmal. Können wir bitte wieder zurück aufs Thema kommen? Schöne Grüße an alle, die uns per Kopfhörer hören an dieser Stelle. Auf jeden Fall Oh Gott, das war eine Scheiß-Folge. Ah, schön. So, zurück zum Thema. Wie gesagt, es ist einfach dieses Riesenangebot. Wie ich schon sagte, da ist so einiges, was ich sehen wollen würde. Aber da fehlt mir einfach die Zeit für und dann würde ich auch nicht richtig entspannen können, weil ich dann so, ah, ich will das jetzt durchziehen, ich will das jetzt durchziehen, ich will, und dann wiederum möchte ich dann auch gerne mal zwischendurch zocken und ja, das kann manchmal ein bisschen anstrengend sein. Ich überlege einfach, das mittlerweile so zu machen, ob ich irgendwie feste Tage einrichte, so an den zocke ich und bam, an den gucke ich Serienfilme. Oh, gezielte Entspannung per Terminkalender, das wird wahrscheinlich ganz toll. Ist bestimmt richtig geil. Ja, wird bestimmt richtig super, ja. Ich mache nicht, worauf ich Bock habe, sondern was der Tag mir sagt. Was im Kalender steht, ja. So, scheldorianischer Kalender. Also ich habe das teilweise auch, das leitet schon mal ganz gut zu meinem zweiten Punkt eigentlich, über den ich mir notiert habe. Für mich ist es ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Ich glaube, das geht gedanklich bei dir zumindest auch in eine ähnliche Richtung. Man möchte Dinge schon sehen, kriegt das aber irgendwie nicht alles unter einen Hut. Und bei mir hat das, also im Gaming-Bereich merke ich das oft, bei mir hat das schon so einen Touch von dem good old FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. nicht, weil ich jetzt das Gefühl habe, mich profilieren zu müssen, ich habe das gespielt, ich habe das gespielt und ja, ja, klar, habe ich, kenne ich oder so. Das ist es gar nicht mal so, aber sondern, weil ich einfach Lust habe, diese Spiele zu erleben. Ja. So, und ich bin ja ein sogenannter Vielspieler und bei mir bleiben oft viele Spiele auf der Strecke, bevor ich sie durchspiele, weil dann einfach was Neues kommt, was spannender ist oder was mich mehr reizt oder wenn Spiele es nicht schaffen, mich so dran zu fesseln, dass ich die wirklich mehr oder weniger am Stück durchspiele, also jetzt nicht am Stück in einer Session, sondern so ohne halt was anderes dazwischen zu spielen, dann wird es oft schwer. Deswegen haben es Open World Spiele, die sehr, sehr lange dauern können, unter Umständen auch sehr schwer bei mir, weil ich dann entweder mich hauptsächlich auf die Hauptstory konzentriere und natürlich ganz viel von diesem Open World links und rechts liegen lasse, aber ein Open World Spiel wirst du bei mir niemals auf 100% sehen, also niemals. Nee, das kriege ich auch nicht. Schon allein, weil ich gar keinen Bock habe, die ganzen letzten Rillen nach irgendwas noch abzusuchen oder so, aber da, also da merke ich das bei mir schon, dass ich öfters mal eigentlich auch sagen könnte, ey, ich warte jetzt einfach noch. Also ich habe jetzt zuletzt gemerkt, Hogwarts Legacy habe ich mir auf dem PC geholt, weil der Martin sehr dafür geschwärmt hat, fand er eigentlich ganz nett und so weiter und ich mag diese Welt ja auch und ja, ich habe es mir jetzt doch geholt, wir hatten mal drüber gesprochen, also irgendwie, ich hatte ja anfangs gesagt, ich werde es mir irgendwann holen in der Hype-Folge, jetzt habe ich es mir doch relativ zeitnah zum Release tatsächlich gekauft, bin auf dem PC super enttäuscht von der Performance, es läuft bei mir wie die allerletzte Grütze, ich muss Details und so weiter runterstellen ohne Ende, das ist, meine Hardware müsste es eigentlich packen so und das ärgert mich einfach, also es ist wirklich ganz, 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 ganz schlecht von der Performance her bei mir, nicht bei allen Leuten, die es spielen, aber bei sehr, sehr vielen tatsächlich, ich habe aber so Lust auf das Spiel und das kommt jetzt genau in diese Kerbe rein, dass es sehr, sehr anstrengend für mich war, das auszuhalten, das nicht vernünftig spielen zu können und ich habe es mir jetzt für die Playstation nochmal geholt. Oh, wie krass. So, komplett unnötig, war eigentlich auch nicht Teil meines Budgetplans für das erste Vierteljahr eigentlich so. Ich wollte gerade sagen, 60 Euro in die Grütze. Genau, also PC, da denke ich mir noch, vielleicht gibt es da irgendwann nochmal coole Mods, so irgendwie, das war eigentlich auch der Grund, warum ich es für den PC gekauft hatte, aber es war so enttäuschend und ich hatte, aber ich habe beim Spielen schon gemerkt, das ist was, was mir Spaß machen würde, weil ich mag es, diese Welt zu erkunden und ich mag diese Liebe zum Detail und so weiter und wir sparen uns an dieser Stelle jetzt einfach mal diese Diskussion über J.K. Rowling und so weiter. Jeder wie er mag. Von mir aus flämt mich dafür, könnt ihr gerne machen, interessiert mich nicht. Und da habe ich das halt so gemerkt, dass das eigentlich so ein Kauf war, der überhaupt nicht hätte sein müssen, aber es hat mich so gestört, dass ich das, was ich spielen wollte und das war wirklich richtig schön zum Feierabend, so die ersten ein, zwei Abende, wo ich es mal angezockt habe, wirklich da so ein bisschen durch das Schloss zu laufen, zu erkunden und so weiter, sich die Dialoge anzuhören und so weiter. Das war wirklich entspannend und dann hat mich genervt, dass es einfach nervig von der Performance war und dann, ja, also wie gesagt, komplett unnötig. Kennst du das bei dir auch so ähnlich, also dass du, oder habe ich deine Aussage da gerade falsch, falsch gedeutet? Nee, nee, du hast die Aussage eigentlich recht gut getroffen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mittlerweile Open World spiele, zur Zeit, zur Zeit, ich grenze das jetzt mal ein, versuche zu vermeiden. Einfach, weil ich weiß, dass diese unheimlich zeitraubend sein können und deswegen versuche ich, die möglichst zu vermeiden. Ich habe seit Wochen zum Beispiel Horizon Forbidden West bei mir liegen und habe es noch keine einzige Minute angespielt, weil ich weiß, das Ding ist ein Brecher, was die Open World angeht. Aber wären deine freien Tage da jetzt nicht total prädestiniert für gewesen oder sind sie es nicht noch? Ich habe jetzt gerade noch ein anderes Spiel laufen und zwar God of War Ragnarök. Das will ich jetzt erstmal endlich weiterzocken. Ja gut, okay. Das kann ich verstehen. Habe ich auch noch unten ausgeliehen von meinem lieben Kollegen dem Patrick, aber ich habe tatsächlich mehr als das Intro auch noch nicht gespielt. Oh oh, Nisa incoming, Achtung! Wow, Scheiß auf Mutern. Ihr müsst mitleiden. Wow. Der hat sich aber so ein bisschen angekündigt, dein Gesicht sah ein bisschen nach Schlaganfall aus. Ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich hatte schon wieder ein bisschen Sorge. Also bei mir ist es bei diesem FOMO so als grobe Überschrift dafür auf jeden Fall auch so, dass also dass ich dadurch diese Entspannung manchmal zu so einer Art Anspannung einfach wandeln kann. Ja genau. Was dann natürlich so ein bisschen das Konzept ich nutze das um mich zu entspannen hat Absurdum führt. Aber wie gesagt, gerade bei Büchern und Games ist es bei mir so, dass das dann tatsächlich auch dazu führt, dass so ein bisschen sich ein Pile of Shame ansammelt. Also ich habe noch ein paar Bücher im Lesezimmer stehen, die ich gerne lesen würde. Ich habe zum Beispiel eine so eine Krimi-Thriller-Reihe, wo ich ich glaube zwei von drei Büchern gelesen habe. Entweder zwei von drei oder drei von fünf. Ich weiß gerade nicht. Jedenfalls so knapp über die Hälfte habe ich. Und ich kriege es einfach nicht auf die Kette, das letzte Buch zu lesen. Okay. So, weil immer irgendwas dazwischen kommt oder dann habe ich mal wieder keinen Bock zu lesen oder dann hole ich es mir raus und denke mir, ah, nee. Und das macht mich wahnsinnig. Und das wäre halt auch was, was ich eigentlich nicht bräuchte irgendwie. Es wäre doch ganz einfach, das Buch greifen, das Buch greifen, aufschlagen, lesen. So. Und sobald ich einmal drin bin, weiß ich auch, dass ich das lesen würde. Aber wenn ich dann auch nicht jeden Abend lese, dann liegt es wieder zu zwei, drei Tagen und dann, Deswegen bin ich froh, dass ich nicht lesen kann. Das nicht, aber dass ich mehr zu Comics, Mangas und so weiter greife und nicht zu in Anführungsstrichen klassischen Büchern in dem Sinne. Ey, dieses Fass will ich gar nicht aufmachen. Ich habe super viel Respekt davor, Leute, vor Leuten, die so ein Buch in was weiß ich, ein, zwei Tagen durchfressen können. Ich schaffe es nicht, mich so 100 Prozent auf so ein Buch einlassen zu können beziehungsweise es gab nur wenige Reihen, wo ich wirklich dann die ganzen Sachen richtig verschlungen habe. Das muss einen halt auch wirklich fesseln. Das ist oft das Problem bei mir, dass ich, wenn ich ein Buch lese, bin ich halt an diesem Buch fest verankert, sage ich mal. Und ich bin halt wirklich jemand, zum Feierabend habe ich halt gerne auf dem linken Monitor eine Serie laufen und rechts zocke ich was oder quatsche mit zwei, drei Leuten im Discord und zocke was oder Ja, ich kenne die Leute. Genau. Gerüchte besagen, du kennst sie teilweise, ja, genau. Vielleicht bist du einer von ihnen. Aber was ich damit sagen will ist, dass das funktioniert halt mit einem Buch nicht gut. Ich kann mich nicht mit einem Buch vor den PC setzen und nebenbei mit Leuten im Discord quatschen. Das geht nicht. Nee, nee, nee. Ich kann auch mit Leuten im Discord quatschen, nebenbei eine Serie gucken und zocken. Kein Problem. So, aber ein Buch ist immer so dieses ein Ding. Und da ist mir manchmal, also das mag jetzt komisch klingen, gerade wenn man von Entspannung spricht, aber jeder entspannt ja auch irgendwie anders. Das ist mir dann manchmal einfach ein bisschen verschenkte Zeit, gerade an kurzen Feierabenden oder so. Dann versuche ich schon mehrere Sachen irgendwie parallel hinzukriegen. Nicht auf Krampf oder so, also das ist jetzt keine Arbeit für mich in dem Sinne. Aber wenn ich dann nur da sitze und einfach nur zwei Stunden vor meinem kurzen Abend oder so ein Buch lese, dann kommt mir das immer ein bisschen wie verschwendete Zeit vor, selbst wenn mir das Buch gefällt. Und das ärgert mich irgendwie. Also quasi das Buch potenziert dein FOMO. Ja, irgendwie schon. Also nicht, weil ich Angst habe, oh, jetzt verpasse ich den heißen Scheiß auf dem Discord-Server oder so oder irgendwie so. Aber es ist so, ich denke mir dann, was ich jetzt machen könnte, ich könnte schon nebenbei, während ich jetzt eine Stunde gelesen habe, könnte ich zwei, drei Folgen Serien geschaut haben und nebenbei noch ein geiles Spiel zocken. Wie cool ist das denn? Ja. Und bleibe im Discord auf dem Laufenden und kann da mit Leuten schnacken und da irgendwie noch Späßchen machen und keine Ahnung. Richtig. Und das ist so weird. Das ist eigentlich komplett dumm, der Gedanke. Eigentlich schon. Aber das eine entspannt mich viel mehr als das andere. Ja, wir werden ja noch in einer Folge so ein bisschen darüber reden, wie das mit dem Konsum früher und heute war. In der nächsten Folge nämlich? Genau, in der nächsten Folge und Spoiler! Und da würde ich dann auch auf dieses Konsumverhalten beziehungsweise wie man früher entspannt hat im Gegensatz zu heute würde ich da auch nochmal so ein bisschen genauer drauf eingehen. Genau, früher habe ich entspannt, heute lasse ich mich entspannen. Da muss er erstmal drüber nachdenken. da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ja. War zu tief? Ja, ich bin sehr tief in mich gegangen. war zu tief gründig? Ja. Oh Mann. Jetzt bin ich tief und entspannt. Genau, tief und entspannt. Ich finde tatsächlich, dass und das merke ich immer wieder, gerade bei mir, wenn ich so viele breit gefächerte Interessen habe im medialen Bereich, dass um zu diesem Entspannungspunkt zu kommen, für mich so ein persönlicher Fokus wichtig ist. also ich muss wissen, also zum einen, worauf habe ich gerade Lust, also was ist jetzt das, was mich am ehesten entspannt in dem Bereich, aber dann muss ich das auch so ein bisschen verfolgen, sage ich mal. Also wenn ich jetzt sage, heute ist es ein Buch, was ich jetzt gerade vom Gefühl her für mich brauche, dann sollte ich nicht den Computer anmachen. Ja. Weil sobald ich den anmache, ist das Buch abgehakt. Ja, da kenne ich mich halt auch einfach zu gut. Dann kriegst du hier noch eine Nachricht irgendwie im Discord vielleicht oder hier heute zocken oder ja zack, Buch weg, ciao. So, was dann auch entspannend sein kann, aber es wäre dann wahrscheinlich anders, als der Abend verlaufen wäre rein entspannungstechnisch. Und ich finde, da sollte man sich auch wirklich diesen Fokus setzen, wenn man da mehrgleisig fährt, was die Entspannung angeht und nicht, sage ich mal, mein typisches Feierabendding Entspannungsart X ist oder Entspannungsmedium Y. Also ich glaube, ansonsten kommt man da nicht weit. Aber wie ist das für dich? Würdest du sagen, wenn du jetzt zum Beispiel, was wäre für dich entspannender, sich auf eine Sache zu fokussieren oder wie du schon sagtest, was weiß ich, Serie und zocken, also quasi mehrgleisig fahren. Was denkst du, was würde dich mehr entspannen? Das kommt total auf die Tagesform an. Also das ist wirklich komplett unterschiedlich und da könnte ich auch keine Reihenfolge oder Priorität oder sonst irgendwas sagen. Es gibt auch Tage, die sind tatsächlich im Moment eher selten, wo ich auch gar nicht online bin abends. Was, das gibt's? Ja, das gibt's tatsächlich. Oder wo ich einfach nur ganz für mich alleine einfach Serienfolgen schaue nacheinander. Ja. Gibt es auch. Oder einfach nur für mich alleine mal ein bisschen zocke und so weiter, aber ich genieße das also im Moment tatsächlich sehr gerne abends im Discord rumzuhängen und mit dir und ein paar anderen Leuten da einfach ein bisschen rumzuschnacken. Im Moment ist es ja auch oft so, auch da wieder ein kleiner Tipp, kommt gerne auf unseren Discord-Server. Ja, sehr gerne. Link findet ihr auf mindcast-podcast.de auf dem PC seht ihr es rechts oben, wo es in der Mobilansicht angezeigt wird, weiß ich gerade nicht, aber ihr werdet es schon finden, ihr seid kluge Leute, denn Nerds sind die besseren Menschen. Genau, dann könnt ihr ein bisschen mit uns schnacken. Genau, und was wir da ja im Moment abends machen, ist, wenn Leute was zocken irgendwie, im Moment sind das ja zum Beispiel Frieda und ich, dann, also wir spielen ja im Moment Elden Ring, das streamen wir dann einfach immer abends so im Discord, ganz entspannt, jetzt ohne großen Livestream auf Twitch und Co., sondern einfach schön im Discord und dabei entstehen ja auch die ein oder anderen Unterhaltungen dann abends immer und das ist für mich im Moment tatsächlich wirklich meine Go-To-Entspannung. Ich finde das richtig gut. Ich mag das auch sehr gerne, also ich war auch am Anfang eher so ein bisschen, ich weiß ja nicht und so, aber mittlerweile genieße ich das auch unheimlich und für mich fällt das auch mittlerweile unter die Kategorie, mein täglich Salz gibt mir heute. Ich mag das unheimlich gerade. Ja, also das soll es halt auch sein. Ich hasse Salzburg-Spiele zu spielen, aber ich gucke unheimlich gerne dabei zu. Ja, aber das ist ja auch okay und um das Thema FOMO vielleicht so ein bisschen abzuschließen, man sollte vielleicht auch einfach sagen, gerade wenn es um den Bereich Entspannung geht, sei es jetzt im medialen Bereich oder ohne, wenn es um den Bereich Entspannung geht, ist es durchaus in Ordnung, Dinge zu verpassen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt die Entspannung, so, das wäre dann nicht so gut für die Entspannung, aber es ist okay, dann auch einfach mal einen Abend offline zu sein. Es ist okay, auch einfach mal vielleicht Star Trek Strange New Worlds nicht gesehen zu haben, wenn ihr vielleicht eine andere Serie gerade schaut und die euch happy macht abends. Ja. Oder wenn ihr dafür drei Filme gucken könnt in der Zeit oder einfach mal ein gutes Buch lesen könnt oder so. Das ist völlig okay, dafür andere Sachen zu verpassen. Das ist halt leider nur so ein Ding, was wir in unsere Köpfe reinkriegen müssen. Richtig. Und das ist halt so eine Arbeit, die jeder für sich selbst irgendwie hinkriegen muss. Oder sollte, muss natürlich nicht. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber naja. Gibt es noch so einen Bereich, wenn wir jetzt von Spielen, Serien, Filmen so ein bisschen weggucken, wo Medien für dich eine eher anstrengende Seite im Alltag darstellen? Es kann tatsächlich für mich sein, einfach die ganz normalen Nachrichten. Ja, das ist genau der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Das wäre meine Ergänzung jetzt gewesen tatsächlich. Genau. Das sehe ich nämlich ganz, ganz genauso. Das ist in der heutigen Zeit, in der wir jetzt leben, es sind die Nachrichten ja voll von irgendwelchen ganz schlimmen Dingen. Excuse me, es ist 2023. Ja, ja, Corona ist jetzt vorbei offiziell. Immerhin schon mal etwas. Ja, halt wie gesagt, die täglichen Nachrichten, die voll mit irgendwelchen schlechten Sachen sind, das ist, finde ich, super anstrengend, weil der Anteil an, ich sag mal, schönen, guten Nachrichten, die man auch mal hervorheben könnte, eher, ja, gering sind. Ja, aber allerdings lassen sich mit schlimmen Nachrichten natürlich mehr Zuschauerzahlen generieren. Weißt du, was das Allerschlimmste ist, finde ich, wenn Nachrichtenseiten reißerische Schlagzeilen machen oder zu, also ich finde wirklich so essentiellen Themen, wie zum Beispiel aktuelle Corona-Krise oder jetzt zuletzt war es jetzt hier diese ganze Energie-Geschichte, wie viele Artikel ich täglich angezeigt bekomme auf dem Handy, hier von wegen aktueller Strompreis heute hier, Gaspreise sinken, kommt es beim Kunden an oder nicht und was weiß ich nicht was und wie viele dieser Artikel hinter einer Paywall sind, das finde ich so furchtbar. Also ich verstehe natürlich, dass die irgendwie das da alles finanzieren müssen, gar keine Frage. So, müssen wir nicht drüber sprechen, das ist völlig in Ordnung, gerade wo Printmedien immer mehr zurückgehen. Irgendwo muss die Kohle ja herkommen, verstehe ich auch, dass viele durch Adblocker und so weiter die geschaltete Werbung nicht mehr wahrnehmen und dadurch dann andere Mittel, wie zum Beispiel so eine komplette Paywall, also dass sowas dann irgendwie geschaffen werden muss, naja, sei jetzt mal dahingestellt, aber dass es gemacht wird, verstehe ich grundsätzlich. Was mich daran stört, ist, dass es bei so grundsätzlich uns alle betreffenden Artikel gemacht wird. So, das hat für mich nichts mit guter Nachrichtenkultur zu tun, sondern mit, ich gebe nicht allen den Zugang zu diesen wichtigen Informationen, das finde ich schwierig. Wenn das jetzt bei Klatsch und Tratsch gemacht wird oder bei anderen Sachen, die einfach nicht so vollumfänglich von Belang sind, sage ich mal, hätte ich da vollstes Verständnis für, dass da irgendwie bestimmte Sachen reduziert werden. Wenn man den Artikel zumindest in einer kurzen Version, die knappe Zusammenfassung, sage ich mal, lesen könnte und den vollen ganzen Artikel bezahlen müsste oder so, auch in Ordnung. Aber ganz oft hast du die Schlagzeile, sobald du auf einen Artikel gehst, hier, bitte bezahlen. Ja, genau. Dann siehst du so die ersten zwei, drei Sätze, vielleicht noch, aber das war es dann auch. Das führt halt bei mir dazu, dass ich auf diese ganzen Nachrichtenartikel mittlerweile gar nicht mehr draufklicke. Das ist, also das, keine Ahnung, Also die meisten, und da würde man jetzt drüber lachen, die meisten Nachrichten lerne ich mittlerweile über Memes. Okay. Also wenn du täglich der Memes anguckst, weißt du halt immer eigentlich automatisch, was ist passiert. Du siehst dann plötzlich irgendwelche Memes, irgendein Thema, checkst nicht, recherchierst oder guckst in Kommentare oder so, worum geht's da. Dann weißt du, ach, guck, das ist passiert. Krass. Ja. So, und ich bin da tagesaktuell eigentlich auf dem Laufenden und das ist total skurril. Ist natürlich nicht die sinnvollste Art, sich über das Weltgeschehen zu informieren, aber bevor ich 50 Artikel anklicke, von denen ich 49 bezahlen muss, ja, mag man jetzt drüber lachen, aber so ist es. Ich bin da ein bisschen faul. Ich hab ein Echo-Show bei mir im Schlafzimmer stehen. Sobald der Bäcker geht, sag ich hier, Alexa, sag mir Nachrichten oder schick mir die aktuellen Nachrichten und ja, dann krieg ich hier Tagesschau und so. Aber aktuelle Nachrichten, schränke ich das nicht auch auf das ein, was jetzt da von denen als aktuelle Nachrichten definiert wird? Ja, natürlich. Also du möchtest ja manchmal auch Nachrichten zu einem bestimmten Thema. Ja, nee, mir ist das eigentlich im Prinzip egal, welches Thema. Ich wollte einfach erstmal, ich will erstmal wissen, was ist gerade los? Ja, mich interessiert dann zum Beispiel, wie sieht es aktuell mit den Verdi-Streiks zum Beispiel aus? Gibt es da Fortschritte oder irgendwie sowas? Genau. Und dann, wenn ich aktuelle Nachrichten und da ist nichts drin, wäre jetzt die erste Vermutung, oh, keine Nachrichten dazu, schade. Gibt es aber mit Sicherheit. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig, aber ich verstehe, was du meinst. Ich kann dir aber einen Tipp geben, wenn du oder euch allen einen Tipp geben, da bin ich vor kurzem tatsächlich erst drauf gestoßen. Es gibt eine Seite, die auch genau das Problem, nämlich erkannt hat, dass es die Welt voll ist mit schlechten Nachrichten. Und zwar heißt die Seite goodnews.eu. Ich glaube, das hast du mir auch schon mal erzählt. Ich glaube tatsächlich nicht, aber ich kann es sehr empfehlen, denn da die Nachrichten sehr negativ behaftet sind, wie du schon gesagt hast, weil es einfach mehr Klicks macht, mehr Interesse weckt bei den Lesenden oder Hörenden, je nachdem, sind wir wieder bei der Wahl des Mediums. Richtig. Da gibt es täglich positive Nachrichten und tatsächlich auch aus aller Welt, aus diversen Bereichen, sei es jetzt ein heilender Wirkstoff gegen dieses und jenes entdeckt oder Fortschritte in der Forschung hier und da oder auch einfach mal so ein Feelgood-News-Artikel. Gibt es auch als App für iOS und Android zum Beispiel, also kann auch mobil jederzeit genutzt werden. Kann ich nur empfehlen. Habe ich mir seit ein paar Tagen installiert und ist einfach ganz nett. Okay. Also wenn man einfach mal positive Nachrichten möchte, also wenn man positive Nachrichten möchte, einfach mal draufschauen, goodnews.eu, kann ich nur empfehlen. Ja, schön. Macht auf jeden Fall ein bisschen gute Laune zwischendurch, wenn man Nachrichten haben will und man lernt tatsächlich auch mal so ein bisschen was anderes vom Weltgeschehen kennen. Ja. Also das ist, also mir ist aufgefallen, wie wenig man eigentlich über positive Dinge in den Nachrichten, also in den Mainstream-Nachrichten so mitbekommt, weil eigentlich immer diese reißerischen Dinge vorne und groß stehen. Natürlich. So und das hat natürlich noch einen ganz anderen Vorteil, dass man sich auch news-technisch und informationstechnisch einfach mal so in andere ja Längen und Breiten gerade bewegt irgendwie. Finde ich schön sowas. Ja, also sollte man auf jeden Fall machen, weil ich sag mal so in den normalen Nachrichten, wenn du jetzt eine Tagesschau anguckst oder so, kannst du da natürlich nicht groß filtern. Dann wird ja das präsentiert, was präsentiert werden soll. Und das kann man jetzt natürlich auch wieder sehr kritisch sehen oder wie auch immer, aber hat natürlich nicht immer die positivsten Aspekte. Also ich möchte mal so Nachrichten sehen oder Willkommen zur Tagesschau. Hey, Krebsheilmittel entdeckt. Ganz toll. Nächste Nachricht. Hey, die ist auch positiv. Super. Und das Wetter wird auch noch schön. Toll. Ja, geil. So, das wird einfach nicht passieren. Nee, absolut nicht. Dafür sind die Menschen auch viel zu konfliktgesteuert eigentlich, als dass es da mal einen Tag ohne Streit und Köpfe einschlagen geben würde. Ja. Wie ist denn das bei dir mit, wenn du sagst, zum Beispiel, also gedacht in Richtung anstrengende Medien, gibt es für dich Medien generell, wo du sagst, das ist für mich überhaupt nicht geeignet zur Entspannung? Also das Medium per se ist für mich einfach anstrengend. Wow. Also Nachrichten vorgelesen per Laufband. Du kriegst nur vorgelesen, während du läufst, als Beispiel. Würde schon sagen, habe ich keinen Bock, dann verpasse ich lieber den Nachrichten. Ja, tatsächlich, also ich würde jetzt, ich könnte jetzt ad hoc nicht sagen, ob es irgendwas gibt, was mich, was so gar nicht bei mir funktionieren würde. Sport sehe ich ja zum Beispiel jetzt nicht als Medium. Sport ist ja eine Betätigung. Das entspannt mich nicht. Sport ansehen, ja. Sport machen, eher weniger. Ja, aber so würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwas gibt, was mich, was ich so gar nicht könnte. Sagen wir es mal so, die falsche Musik, wenn wir jetzt mal so. Ich habe tatsächlich ein Ding, wo ich mir denke, da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ja. Und zwar Musik auf CDs hören. Okay. Ich wüsste jetzt spontan nicht, wo sich im Haus ein Abspielgerät für CDs, also gut, ich könnte jetzt in die Playstation packen, die Audio-CD. Ich wollte gerade sagen. Das würde gehen, aber das ist jetzt natürlich auch nicht so. Ist kein klassischer CD-Player. Also wir haben einen alten CD-Player irgendwo unten im Keller. Ja. So, aber wenn ich jetzt hier so die geile Musik-CD hätte, würde ich halt eher YouTube oder Spotify oder sonst irgendwas aufmachen und den entsprechenden Interpreten dort hören, als mir das Abspielgerät für die CD zu organisieren, weil es einfach viel zu umständlich ist und überhaupt nicht mehr in Relation zu dem ganzen Ding steht. Stimmt allerdings. Also bei mir ist es meistens auch so, dass ich CDs kaufe, um auch die Bands zu unterstützen, aber seltener, um sie wirklich auch zu hören. Meistens hole ich mir dann so limitierte Editionen, die ich mir auch noch irgendwo schön hinstellen kann. CDs sind bei mir irgendwie Deko. Also die letzten Alben auf CDs, die ich mir gekauft habe, waren dann über Amazon, wo es dann auch direkt das MP3-Album dazu gab, was ich dann primär nutze und die CD-Version hat dann meine Frau fürs Auto. Ah, alles klar. So zum Beispiel. Alligator zum Beispiel, hatte ich mir mal ein Album gekauft, das schwört jetzt irgendwo im Auto rum, aber ich habe es halt als MP3-Album. Interessant. Also es ist halt so die Mischform, weißt du, ich habe es halt digital, so als Album kann das irgendwie weiter verwursten für mich, aber. Ja. Ne, tatsächlich, selbst im Auto benutze ich alles immer nur digital. Ja, und ich glaube, da kommen wir auch irgendwie irgendwann nicht mehr so richtig drum rum. Ja. Aber ansonsten, ich glaube auch so Nachrichten in der klassischen analogen Zeitung lesen, das war noch nie mein Ding. Aber das habe ich auch nur auf der Arbeit gemacht früher. Ich fand Zeitungen immer furchtbar anstrengend, weil die einfach so ein scheiß Format haben. Ja. So eine Zeitung aufklappen oder so ein riesen Lappen Papier vor dir. Ne. Ne. Das geht in die Arme, das ist fast wie Sport, ne? Ekelhaft. Ekelhaft. Also schwitzen beim Nachrichten lesen geht ja mal gar nicht. Ja, ja. Ne, also keine Ahnung. Also das Format von Zeitungen habe ich auch nie verstanden. Warum muss das so riesengroß sein? Verstehe ich auch nicht. Warum? Also, hä? Ja. Also bei Büchern würde keiner auf die Idee kommen, so ein zweieinhalb Quadratmeter Buch zu machen irgendwie. Nicht? Ne. Okay. Na gut, das wird jetzt vielleicht auch nicht täglich gedruckt. Aber, also du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ich verstehe. Also das Format ergibt für mich keinen Sinn. Ja. Also es hat wahrscheinlich einen Sinn, dass du es einfach so als Format gut als Zeitung so transportieren kannst, dass das irgendwie von der Dicke her passt und blablabla. Also da wird schon Sinn hinterstecken. Aber so rein vom Konsumieren her finde ich das furchtbar anstrengend. Aufklappen und dann klappst du so diese Riesenseite um und dann verrutscht dieses ganze Innenleben. Und oh, ne. Oh ja, da kriege ich auch immer Remix die Gräse bei. Ne, wirklich nicht. Da bin ich echt filmschig. Wirklich nicht. Da bin ich so raus bei Zeitung lesen. Aber das entspannt mich, wenn ich so wieder in den Originalzustand gefaltet kriege. Das Geilste an Zeitungen sind tatsächlich Kontaktanzeigen. Da könnte ich mich ömmeln bei. Achso, ich dachte, du liest deine eigenen Kontaktanzeigen da. Ne. Nicht? Ne. Die verstecke ich hinter einer Paywall, damit sie niemand entdeckt. Ne, übrigens Paywall steady.de slash Mindcast. Wenn ihr auch mal Bock habt, an einer Paywall teilzunehmen. Es gibt exklusive Inhalte, Bonus-Inhalte und andere tolle Dinge. Kleine Goodies für euch. Schaut gerne mal rein, wenn ihr den Mindcast unterstützen möchtet. Kluge Menschen tun das. Zum Beispiel Christian. Christian macht das, ja. Christian ist sehr klug. Sei wie Christian. Unterstütze auch du den Mindcast über Steady. Aber es gibt noch eine andere Art, wie ihr den Mindcast unterstützen könnt. Und die erfahrt ihr jetzt. Hörst du den Mindcast gerade über iTunes oder Podcast Addict? Dann schreibe gerne eine Rezension. Das gibt uns nicht nur wichtiges Feedback, sondern sorgt auch dafür, dass der Mindcast mehr neuen Leuten vorgeschlagen wird. Den Mindcast zu abonnieren schadet übrigens auch nicht, denn so verpasst du keine Folge. Ja, wie ihr hört, gibt es viele kluge Möglichkeiten, wie kluge, intelligente, sexy, erfolgreiche, dynamische Menschen, wie du, ja, dieses Projekt unterstützen können. Ich bin klug. Ja, ich habe jetzt eher mit dem oder der Zuhörerin, Zuhörer, Dingsbaum gesprochen. Ich bin klug. Aber gut, kommt, wir lassen ihn einfach in dem Glauben. Ja, Christian, ganz toll gemacht. Total super. Ich höre deinen Sarkasmus in der Stimme gar nicht. Das ist super. Das ist super. Ja, 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 ja. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende in der vorletzten Folge des Themenmonats. Und ich möchte an dieser Stelle noch ein ganz, ganz kurzes Fazit ziehen. Wie den Faden aus einer vernähten Wunde. Oder so. Ich fühle noch mit ein bisschen Schlonzblut und Fleischresten. Ehrlich, schön krustig. Ja, also ich finde, es gibt so klare Vorteile, wenn man gezielt entspannt. Ich habe ja gesagt, bei mir ist oft einfach dieser Fokus wichtig, weil ich mich sonst in den Möglichkeiten verliere und dann am Ende gar nicht entspanne oder voll genervt bin wegen der Auswahl. Da man heutzutage ja wirklich, und da werden wir in der nächsten Folge ja ein bisschen ausführlicher noch drüber sprechen, quasi eine freie Themenwahl hat. Also du suchst dir im Prinzip das Medium deiner Wahl aus und mittlerweile bist du da ja thematisch überhaupt nicht mehr festgelegt. Sagen wir mal ganz früher gab es in Buchform, in gedruckter, als Printmedium sag ich mal, gab es dann entweder Nachrichten oder Romane. Um das jetzt mal ganz überspitzt zu sagen. Krimis vielleicht noch oder irgendwie sowas. Kindergeschichten und so weiter und so fort. Mittlerweile gibt es als Printmedium so gut wie alles. So Printmedium an sich, so von klassischen Büchern jetzt mal abgesehen, geht natürlich wieder ein bisschen zurück auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es im digitalen Bereich aber wieder viel, 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 viel mehr. Und ich finde es unfassbar gut, dass du dir da das rauspicken kannst, was passt. Es kann super toll sein und Medien in ihrer Vielfalt, und damit sind jetzt auch wieder nicht nur die digitalen Medien gemeint, bieten einfach unfassbar viel Potenzial für Entspannung. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal hinzufügen, man kann sich natürlich nicht nur mit Medien entspannen, aber um genau diesen Bereich geht es natürlich gerade in diesem Themenmonat. Deswegen drehen wir uns natürlich auch in diesem Bereich ein bisschen hin und her. Man kann natürlich auch einfach mal eine schöne Wanderung machen oder so. Oder auch einfach mal ein paar Stündchen auf dem Sofa liegen und nichts tun. Auch das kann entspannen. Aber wenn wir in diesem Bereich weitergucken, finde ich, ist es einfach schön, dass es da diese Vielfalt gibt. Aber wie wir jetzt heute gehört haben, ich habe jetzt zum Beispiel selbst auch ein paar davon genannt, kann es natürlich auch Nachteile mit sich bringen, die dann unterm Strich zu weniger Erholung führen können. Das heißt, gebt so ein bisschen auf euch Acht, wäre so mein Tipp. Nutzt vielleicht goodnews.eu, um einfach ein bisschen einen positiven Vibe zu haben. Und ja, findet euren Fokus und findet das, was euch gut tut, was euch Entspannung bringt. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Das ist ja geil, Mann. Dann würde ich sagen, lebt lang und in Frieden. Das ist ja geil, Mann. 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 Also geht es ja geil, Mann. Vielen Dank.